Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video der Comic Con und zwar geht es heute um Marvel. Das ist jetzt übrigens alles nur Beiträge, die auf der Comic Con präsentiert wurden. Alles weitere kommt dann nächste Woche in der New Sorrow. Fangen wir an mit Guardians of the Galaxy Teil 2. Diese hat nämlich jetzt schon einen Release-Termin bekommen und zwar den 28. Juli 2017. Was bis dahin noch so bekommen wird, ist natürlich Phase 3 von Marvel. Zurück zu Phase 2 natürlich. Da wird jetzt auf jeden Fall gesagt, dass Avengers Teil 2, also Age of Ultron, das Ende von Phase 2 sein wird. Wir haben Captain America 2, Iron Man 3 und Thor 2 die Phase oder eher gesagt Avengers 2 vorbereitet und werden damit Avengers 2 diese Phase beenden und Phase 3 eröffnen. Was da alles noch so kommen wird, lasst euch einfach überraschen, Marvel haut so viele Filme raus. Ich glaube 2 bis 3 pro Jahr wollen sie raushauen, deswegen viel Spaß. Dann wurde noch erwähnt, dass in Avengers 2 kein Thanos auftreten wird, wie so geteased wurde. Er wird natürlich in Guardians of the Galaxy dabei sein, aber auch irgendwie immer nur so zurückhalten. Das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Auf jeden Fall wird er in Avengers 2 nicht auftauchen. Vielleicht in Phase 3. Vielleicht. Und dann haben sie noch ein Poster veröffentlicht und zwar mit einem gecrackten Schild von Captain America. Also das Schild ist halt durchgerissen sozusagen. Und was das mit zu bedeuten so... Und was das Ganze zu bedeuten hat, in Verbindung natürlich mit Avengers 2, weiß man nicht so ganz. Auch wurden etliche Charakterposter veröffentlicht, die ihr euch jetzt hier neben mir angucken könnt. Und ich glaube von allen, aber auch nicht so wirklich im Film, sondern eher so... Skizzenmäßig, Designmäßig. Whatever man dazu sagen kann. Auf jeden Fall wurden sie veröffentlicht und sie sehen ganz gut aus. Das war Marvel. Ihr kommt hier neben mir jetzt zu den anderen Videos, die heute noch erscheinen oder erschienen sind oder erscheinen gewesen worden sind. Und zwar habe ich hier noch Legendary Pictures oder Legendary Entertainment, wie auch man immer sehen möchte. Und natürlich Warner Brothers. Guckt euch die Videos an, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.